Zieht uns raus! Zieht uns raus! Wir verbrennen sonst! Nö, verbrennt doch. Ich habe keinen Bock. Okay, ich helfe euch. So, jetzt könnt ihr abkühlen. Rüttelt mich, schüttelt mich. Meine Äpfel sind längst frei. Nö, da könnt ihr mir auch einen auf den Kopf fallen. Okay, ich helfe euch. Danke. Hier ist deine Belohnung. Das ist ja alles Gold. Danke. Hier ist deine Belohnung. Ih, das ist ja alles Pech. Die Moral von der Geschichte überlege dir genau, sei gleichlich oder nicht.